Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BetterMinecraft Was haben wir neu? Hallo Wir sind ein bisschen gebrochen von letzter Folge noch Aber da wir jetzt Hero of the Village haben werde ich jetzt Holzfarben gehen und werde mich sowas von einen backtraden Haha Haha Nice muss dein plan für die heutige folge finde ich cool es riecht nicht ich habe einen realen in der säge es ist wie ein stalker, aber für holen wie geht es so an das jetzt ok jungen explodiert doch endlich baum wie groß kann du kannst nicht so groß ich habe einen Ah, cool. Ha, cool. Ich sitze so... Ich weiß nicht, warum ich mir das so angewöhnt habe, dass ich so weit links sitze. Ist das auch bei den ULIT schon unten? Nee, beim Holzfoam. Ist das so? Ja, damit ich traden kann. Ah, okay. Ich gehe nicht hier an der Kader bei dir, aber wahrscheinlich nicht viel zu finden. Ich mache es nicht, wenn du so lachst. Ah, okay. Ah, okay. Oh, du hast recht geklappt! Oh, du hast recht geklappt! Du hast recht geklappt! Ja, ich glaube, ich bin der Engel... Ah, fucken Geld! Ich bin noch nicht in der Füße, das ist so gut! Ich glaub ich hab genug Holz für die Fletching-Table, die ich unten hab. Dann geh wir mal auf, auf, zurück! Ach, weißt du, schnitz, schnitz, die Türschlau gebrauchen. Kannst du mir mal ein Gefallen tun, ne? Oh, okay! Okay! Danke, Bro! Fast, merk ich mir. Ja, 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 ja. Ich brauch'n Blast für uns. Okay. Ich brauch' noch einen, für die Villager. Ja, ja, für die Villager brauch' ich den. Ich brauch' dir doch selber, ey! Ich bin aber grad nicht zu Hause! Ich lauf' grad zu den Villagern! Du bist halt grad bei dir zu Hause! Oh, wie komm' ich den Smoothstone? Oh, mein Gott! Sei einmal nett in deinem Leben! Nein, weil ich war... Hört auf euch, um mich zu sammeln! Meine Rechnung sind so pizza! Das glaub' ich so irgendwie nicht. Was muss da auch sein? Egal, ey! Das ist mir das Eis in dir weg, ey! Nein! Hört auf, mich mit eurem Müll zu bewerfen! Was? Was ist das denn? Cut-Iron-Block? So kann ich nichts machen. Ich komm' auf den Weg! Das erklär doch, wo mir so... Wo mir wieder Gras wird. Komm' auf! Was? Was ist das für zwei Packen, die hier stehen? Gedenkpacken oder was? Gedenkpacken oder was? Wahrscheinlich nicht. Meinko, kannst du hier nicht mal ne Treppe bauen? Ja, kannst du nicht mal dein Ding machen? In ne Eisenform? Du wolltest deine Treppe fertig bauen! Oh Gott! Lauf rein! Die liebt, er liegt auf! Was? Nein! Ich hab ihn, hab ihn! Ja, wir werfen uns mit Müll, weil wir ihre Freunde sind. Und nein, nicht mehr, Cribber! Oh, cool, danke. Weedseeds. Was wollt ihr denn da in der Ecke? Das wird später irgendwann mal so lustig, die alle einzusperren, ne? Warum legen die sich hin und stehen dann wieder auf? Weil die irgendwas wollen, was da liegt, aber ich weiß nicht was! Ja, da liegt so viel, da liegt alles! Ja, aber was wollen die davon? Scheiß drauf. Wann die Träger mich so hat, diese dreckste Villager, ist der Wahnsinn. Ich bin überlegen, ob wir nicht alle bis auf einen töten. Äh, bis auf zwei töten. Dein Fuß, Volk! Ich glaub, es ist mit dir. Ich glaub, wir müssen irgendwann wirklich mal ne Säuberung machen, bis wir das ein bisschen besser organisieren. Der ist Säuberung. Wie würdest du's nennen? Ja, wie würdest du's nennen? Ja. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ob man die Hero of the Village nicht eigentlich begrenzt? Ja, aber die Begrenzung ist so lange, dass Infinite dasteht. Abel, würdest du mir bitte einen Gefallen tun und zu deinem Arbeitsplatz gehen? Ja, die letzten Rater wird auch fehlen, das. Ja, ich mach hier definitiv noch ne Säuberung, das geht gar nicht hier unten. Ich glaub, dass sich die manchmal gegenseitig aus den, äh, aus den Arbeitstablen rausbuggen. Und deswegen nicht, äh, alle, also deswegen manche einen Job haben, aber nicht arbeiten können. Was? Ach so. Das ist jetzt wohl schon fancy. Ja, es hat aber auch nicht funktioniert. Nein! Drück mich nicht in den Müll! Ja, aber eine gewisse Person hat die Zaunaufsperrung, die ihre Jobblöcke platziert hat und die alle drüber spielen konnten, die Treppe rückte sind. Ja, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Oh, das war... Das wurde gebaut, während die Telefonen, die hierher gezogen wurden. Das war Rommelbein. Ja, das ist so... Man kann mal einer von euch drecksfletschern arbeiten gehen, als ich arbeiten- ahhh. Mann, ich hasse es hier unten. Nächste Folge, also so- sobald Hero of the Village vorbei ist, gibt es den Purge. Tja, das haben die da unten sich selbst eingebrockt. Da kann ich nichts dran ändern. Ja, werft mir eure Dreckspfeile zu. Mein Gott. Ich habe die Villager viel zu schnell, viel zu krass gebrüht. Das war mein größter Fehler. Das war mein größter Fehler. Ich frage ihn aus dem Purge. Nein! Pesty! Verpiss dich, Pesty! Nein, Sherman, verpiss dich! Nein! Abel! Wir hätten Abel retten können. Nein, Abel, bleib drin! Okay, Sherman. Adrian, du verpiss dich jetzt. Oder ich perch dich jetzt schon. Ja. 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 Es ist... Nee, Abel, du bleibst drin! Pesty! Das ist Sherman, sorry. Sherman, verpiss dich. Oh, ich kann nicht mehr. Ich... So kann... Oh, oh! Nein, Abel! Nein, Sherman! Okay, Abel ist safe, Abel ist safe. Egal. So funktioniert die Purge. So funktioniert nicht die Purge, aber so funktioniert wie die... So funktioniert die Villager-Farm. Zumindest ein bisschen, ne? Hey, Shad! Du bleibst da drin. Jetzt bleibst du nur noch 22 Minuten. Bis was? Bis hier aber auch wenn man nicht weg ist. Achso, true. Hey, Ivory! Du darfst da auch so drin bleiben. Den Affinity und Mapping nicht gleichzeitig am Boden? Ne, ne, gehen noch nie. Scheiße. Okay. Okay. Vielleicht hab... Vielleicht konnte ich die Purge abwenden. Hat der gerade einen Block gepl... Ich werde hier verrückt, ne? Ich bin aber gerade sicher. Ich habe gesehen, wie der Villager einen Block kaputt gemacht hat. Okay. Ich kann nicht mehr hier unten sein. Es geht einfach nicht mehr. Dinger. Die machen mich hier verrückt. Oh. 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 Junge. Ich... 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 Es geht einfach nicht mehr. Ich... Es ist eine krassere Psychose. Es ist alles, was wir bisher hatten. Da haben wir da. Es ist gottlos. Ich muss an auf den Tüten, wenn du das bist. Okay. Okay. Aber ich glaube, ich habe die... Ich habe die Villager-Farm ein bisschen gerettet. Und da mal die Frage, wie viele ist jetzt noch hier gestorben. Keiner, keiner ist bisher gestorben. Weil hier unten ist ein... Hier unten ist ein... Ist ein Eisengolem, von dem habe ich ein bisschen Respekt. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Ich bin gleich wieder da. Das ist jetzt schlecht. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Ich kann... Ich kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Wie komme ich hier jetzt am besten raus? Ohne, dass der ein Kollege rauskommt. Nee. Okay, nevermind. Okay. Okay, turn. Äh, Eisengrolem scheint es nicht zu interessieren. Protzwei, Dear Chessplate, ist was ich mir gewünscht hab. Fucking optimal. Okay, wo ist es? Okay. Der Kollege muss auch noch hier hinten. Ich hab mir gerade überlegt, ob ich nicht irgendwie das Ding automatisch bauen könnte. Ähm, indem ich dann eine Druckplatte reinmache und der Villager, wenn reinläuft, das Ding triggert und sich selbst einsperrt damit. Wie so diese Standard-Minecraft-Noob-Falle, wo du halt diese Zäune reinläufst und dann fahren die so nach oben. Aber es wird nicht funktionieren, weil dann wird irgendein random reinlaufen und den krieg ich dann nicht mehr raus so schnell. So, neuer Tag, neue Chancen, neue Villager zu spüren. Von woher habe ich denn zwei... Also, okay. Okay, wir haben hier ein Lugturn stehen. Okay, wir haben ein Lugturn stehen. Und haben trotzdem zwei Librarians. Das kann nicht sein. Hört auf mich mit eurem Müll zu bewerfen. Nein, das ist mein wichtiger Block. Okay, hört auf. Egal, was sie da drinnen wollen. Ihr wollt das Brot, ne? Kann mal einer der beiden Librarians zum arbeiten gehen, ne? Sag mal, bitte verpiss dich da raus. Okay, nächste Folge wird definitiv gepurcht. Egal wer von denen drin ist und egal wer nicht. Okay. Tonja, bitte lass Selma erst rausgehen, bevor du reinpushen willst. Danke. Selma? Oh, danke, Bro! Okay. KC, würdest du vielleicht wieder zurück zum Arbeiten gehen, ne? Das wäre das Coolste, was du machen könntest. Oh, danke, Sherman! Sherman! Sherman, kannst du bitte rausgehen? Dann hätte ich mal wieder gutes Essen. Okay, Leute! Schlaft schön! Morgen gibt's den Purge! Gott, verdammt, geht mir das unten auf die Nerven! Halleluja, Junge! Halleluja, Junge! Okay. Wie viel Diamanten habe ich? Ich habe 22. Okay. Ah, ein bisschen zu wenig. Wobei ich eigentlich eine gute Diapicke bräuchte. Ich glaube, das wäre mir noch das Schrein heute. Ich schwöre bei Gott, wie hier unten ist jetzt kein Lapis mehr drin. Dann weine ich. Dann werde ich letztend weinen. Außer von der Kamera. Der ist Lapis drin. Hi. Ich habe jetzt alle Arbeitsvisager in ihre Löcher gesperrt und der Rest wird gepurcht. Nein, es sind noch zwei Lapis drin! Du wirst mich verarschen, ne? Boah, ich habe in meinem Leben noch keinen Lapis abgebaut. Ich brauche einen Lapis. Ich will nur in meine Spitzsacken jumpen. Ja, scheiß drauf. Warum bekommen wir nämlich kein Projekt, wo es mal keine Purge gibt? Ich glaube, es gab bisher noch kein Projekt mit einer Purge. Jura zählt nicht. Jura zählt nicht. Jura zählt nicht. Da war es auch kein Purge. Ja, da war es in der Schießungskommer. Jura war so krank, ne? Wir hatten zwei. Ja. Ja. Ich fand es so geil, wie diese Sterosaurier Geschlechter getrennt haben, damit sich die nicht weitervermehrten und sie es trotzdem geschafft haben. Ja, das ist aber ein Klassiker mittlerweile. Aber die Sachen, über die wir nicht so oft reden, wenn die weh los sind. Das ist halt das Kranke. Boah. Oh, mit dem einen Typen, der vor Ewigkeiten aus dem Käfing ausgebrochen ist. Dann hat er mich angegriffen, habe ich ihn erschossen, ne? Ja. Ingeteilt. Auch geil, auch geil war dieses eine Nashorn, oder war es das Mammut, was sie unten im Keller hatten, ne? Oh mein Gott, war alles so schlimm. Ja, das dann irgendwann einfach so, weil es nichts zu essen gekriegt hat, weil es dann, wenn der Fieder nicht funktioniert hat, ist es Rampage gegangen und hat das ganze Gehege zerlegt. Ah, und dann der Dodo. Das war so gottlos, so geil. Wie lange wir gebraucht haben, um so einen Dodo zu kriegen und dann so, okay, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir nur einen. Ja, ich hab ne Idee. Und dann haben wir den im Keller festgebunden, ne? Abgeschlachten, dass er erwachsen war, um seine DNA benutzt, um mehr zu zwichten. Boah, es war so gottlos. Ich lieb's. Boah, Jura. Was ist das scheiß Wasser? Wie lange haben wir ans Gehege gebraucht? Das war ein Dodo. Die ganze Zeit hungrig, springt ans Land und stirbt einfach. Man, Junge, Jura war so geil. Ich bin immer noch dafür, dass wir mal so einen 24 Stunden Stream machen, wo wir uns einfach die Jura-Folgen anschauen. Ja, ja. Das ist so gut. Der Creeper auf unserer Schwede war auch geil. Oh mein Gott. Ja, oder, Digga. Wie dieses Skelett, das du irgendwann bei Ryder so an den Strand platziert hast, dieses, äh, äh, brachliche Saurier oder so. Dann ist es irgendwann kaputt gegangen. Du hast ewig versucht, um ein neues zu kriegen. Und als du's groß machen wolltest, hat ein Skelett das einfach noch mal kaputt geschossen. Es war so gut. Es war so fucking gut. Oh. Gut, aber jetzt. Das war doch auch das, wo du mich von meinem scheiß Tower geschossen hast. Das. Ne, das war Battle Minecraft, glaub ich. Was? Ne, oder? Battle Minecraft war das, wo ich random auf dich geschossen hab und dann bist du runtergefallen und gestorben. Ich glaub, dass das Battle Minecraft war. Ich hab dich einmal, äh, im Jura getötet. Ich weiß nicht, von wann ich dich getötet habe. Ich glaub, ich hab einfach so... Ich hab, glaub ich, einmal so auf dich reingehitten und dann bist du gestorben. Wie lange hab ich gewartet, Digga? So ganz am Ende. So ein geiler Mann. Lass mir's durchlaufen. Lass mir's durchlaufen. Das sieht schön aus. Du bist mir okay. Ich schaust zum, äh, äh, T-Rex runter und ich schieß dir den Pfeil in den Ticker. Das war so gut. Oh. Gut, aber jetzt hatten wir mal einen schönen Rückblick zum Minecraft Jura. Lass uns doch einen Like genommen oder was dir gefallen. Lass uns doch auf das erste Mal vorbei. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.